Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, Schumann hier. 2105. Kann ich eine Sekretärin bekommen? In einer Stunde? Na gut, aber bitte nicht später. Und noch etwas. Ich brauche einen Mietwagen. Na ja, den bequemsten, den Sie haben. Nein, heute noch. Gut, danke. Schlüssel und Papiere lassen Sie bedurfs Zimmer bringen. Room Service 2105 hier. Ich möchte eine Bestellung aufgeben. Waren Sie zufrieden? Ja, danke. Moment, ich hätte ganz gerne noch einen Kaffee. Beste Dank. Danke schon. Sofort. War Schumann hier. Ich spreche mit Mathilde. Ja. Wer ist denn da? Ger? Ja, ich bin's. Ja, wo bist du denn? Woher rufst du denn an? In München. Ich rufe aus einem Hotel an. In München? Ja, wieso denn aus einem Hotel? Warum kommst du denn nicht nach Hause? Ich habe viel zu tun. Moment bitte, Mathilde. Kommen Sie rein! Entschuldige, Mathilde. Meine Sekretärin ist gerade gekommen. Nehmen Sie bitte Platz. Ist denn sonst jemand zu Hause? Nein, dein Vater unterrichtet jetzt in der Volkshochschule. Er leitet dort ein Seminar. Aber Max ist zu Hause. Der ist im Keller. Warte mal, bleib beim Apparat. Ich bin gleich wieder da. Ja. Max! Dein Bruder ist am Telefon. Was? Gerhard? Ja! Hallo Gerhard. Ich bin's, Max. Sag mal, du bist wirklich in München? Ich bin gerade aus Hongkong angekommen. Warum haben wir denn jahrelang nichts von dir gehört? Weil ich dauernd unterwegs war. Hongkong, Singapur, Singapur, Hongkong, Shanghai. Was sagst du? Shanghai? Shanghai. Wann sehen wir uns? Wann kommst du her? Ich werde euch besuchen. Ich kann nur noch nicht sagen, wann. Weißt du, ich habe viel zu tun. Im Moment ist gerade die Sekretärin bei mir. Aber ich rufe euch an. Was sagst du dazu? Gerhard ist in München. Ist Papa noch in der Schule? Ja, wie spät ist es denn? Ein Uhr. Dann hatte ich jetzt Schluss. Ich hole dich von der Esmermacht. Aber beeile dich! Herr Kaspers, Gerhard ist in München. Er ist gerade aus Hongkong gekommen oder Singapur. Er hat sich lange nicht gemeldet. Er sagt, er hat irre viel zu tun gehabt. Er saust durch ganz Asien. Ja, das ist ein großer Wirtschaftsmarkt, der im Kommen ist. Ach, Erna. Max sagt gerade, dass Gerhard sich gemeldet hat. Ist er in München? Ja, in einem Hotel. Papa! Max! Ist was passiert? Gerhard hat angerufen. Er ist in München. Gerhard? Wirklich? Ja! Na, das ist eine Überraschung. Komm, ich habe das Auto da. Was erzählt er? Wie geht es ihm? Hat er gesagt, warum er sich so lange nicht gemeldet hat? Nein, nur, dass er so viel zu tun hat. Jetzt ist er im Hotel und arbeitet mit einer Sekretärin. Weißt du, was ich für ein Gefühl habe? Dass wir froh sein können, dass er überhaupt Zeit gefunden hat, uns anzurufen. Wann sehen wir ihn denn? Sobald er kann, hat er gesagt. Aber er ruft nochmal an. Ach, das Wichtigste ist eigentlich, es geht ihm gut. Kannst du da vorne mal halten? Ich sehe da gerade jemanden. Hallo, Oskar. Was denn? Mittag? Und Sie kommen schon jetzt aus der Kneipe? Ich sehe das was an. Nein, nein, es fiel mir nur auf. Obwohl es, da haben Sie recht, nichts Besonderes ist. Ich wollte es nur loswerden. Gerhard ist da. Er ist eben aus Hongkong gekommen. Hongkong, so. Ich erinnere mich an das, was Sie mal gesagt haben. Der, der kommt nie mehr zurück, weil Sie ihn hier gleich verhaften würden. Vielleicht sagen Sie ihm das mal selbst, wenn Sie mal einen lichten Moment haben. Entschuldige, Max, aber das musste ich ihm sagen. Es waren beide mal gute Freunde, haben zusammen auf einer Schulbank gesessen. Aber du siehst ja, was aus ihm geworden ist. Ein rausgeschmissener Redakteur und ein Alkoholiker. Und der hat gesagt, dass Sven Gerhard sich hier blicken lässt, dass er verhaftet wird? Der ist ja vor Neid zerfressen. Wie kommt er denn darauf? Weil er irgendwann mal irgendwas gehört hat. Das ist ja vor Neid. ARD Text im Auftrag von Funk Warum glaubst du? Wir müssen mal telefonieren. Haben sie da eins gesperrt? Mit wem willst du telefonieren? Mit Hongkong. Mit Hongkong? Sag mal, weißt du, was das kostet? Ja. Ja. Ja, ich weiß, was das kostet. Aber nicht so lange, hörst du. ARD Text im Auftrag von Funk Wen rufst du da an? Einen alten Kollegen. Der hat ein Pressebüro in Hongkong. ARD Text im Auftrag von Funk Wie viele Minuten waren es? Ich weiß, was das kostet. Warum lachst du? Weil ich jetzt weiß, wer er wirklich ist. Mein Freund Gerhard Schumann, der gerade aus Hongkong gekommen ist. Er ist ein Mitglied der Triaden. Was? Was ist das denn? Das ist ein chinesischer Geheimbund. Das ist eine Art Mafia auf Chinesisch. Hast du was zu trinken? Klar. Max fragt, ob wir nicht rüberkommen wollen. Der Gerhard ist da. Er hat gleich nach euch gefragt, wie es euch geht. Aber das könnt ihr ihm ja selbst sagen. Aber gerne nichts dagegen, im Gegenteil. Erna? Ja, sollen wir sofort kommen? Muss ich mich umziehen? Ach was? Bleib, wie ihr seid. Kommst du auch? Ach, ich kann leider nur guten Tag sagen. Ich habe doch heute Abend meinen Vortrag. Gut siehst du uns. Du hast sie ja rar gemacht. Lange Jahre haben wir nichts von dir gehört. Glaubt nicht, ich hätte euch vergessen. Keinen von euch. Vater nicht, Max nicht, Mathilde nicht. Den guten Geist in unserem Haus. Da lasse ich gleich alles voll. Und euch nicht. Ihr habt euch nicht verändert. Nur Gitter, also da muss ich schon zweimal hinschauen. Aus dem Mädchen ist eine junge Frau geworden. Und was für eine. Darf ich? Was machst du beruflich? Oh, sie ist nichts Besonderes. Kindergärtnerin. Und eine sehr gute. Wie gut sie ist, steht in der Zeitung. Sie hört doch mal auf. Ein großer Artikel ist über sie verfasst worden. Jetzt ist aber Schluss. Ich bin doch nicht die Hauptperson. Außerdem muss ich mich gleich wieder verabschieden. Ja, sie hält einen Vortrag heute. Frau Akademiker. Ja, fährst du wieder weg? Nein, nein, ich bleib noch eine Weile, Mönch. Ah ja, dann sehen wir uns ja noch. Jedenfalls schön, dass du wieder mal zu Hause bist. Ciao. Ciao. Mach's gut. Schönheit ist sie geworden. Ja, das ist sie. Sie hatte immer eine Schwäche für dich, schon als Kind. Das wäre wohl gern. Hongkong. Das ist ein Wort, mit dem man gleich etwas verbindet. Geld und Reichtum. Ich will nicht indiskret sein, aber das ist die Frage, die jeden hier interessiert. Sehen wir einen reichen Mann vor uns? Du musst darauf nicht antworten. Jeder will ja reich sein. Tüchtig. Erfolgreich. Von uns kann man das nicht sagen. Jedenfalls nicht von mir. Wie sieht's bei dir aus? Na ja, als Lehrer an der Volkshochschule kann man keine großen Sprünge machen. Und Max? Verkäufer in einem Laden. Aber auch das ist er nicht mehr. Sie haben dich doch entlassen. Deshalb frage ich. Hast du es geschafft? Ich kann euch beruhigen. Mir geht's gut. Sehr gut sogar. Du brauchst also keine Angst mehr zu haben. Keine Angst vor der Zukunft. Du hast sozusagen einen trockenen Platz im Leben erwischt. Kann man so sehen. Trockener geht's gar nicht. Zum Wohlsein. Wer kommt denn da noch? Geh doch mal an die Tür, Mathilde. Ja. Guten Abend, Mathilde. Guten Abend. Ein tolles Auto da vor der Tür. Verlorene Sohn, ne? Hat er ein goldenes Kalb mitgebracht? Schlachten wie das gerade ist? Besucht er? Hat Gerhard dich angerufen? Hat er gesagt, dass du kommen sollst? Nein, hat er nicht. Geh doch mal rein, Frankin. Sag ihm, draußen vor der Tür steht ein alter Freund. Also gut. Warte hier. Der Demmer ist vor der Tür. Oskar Demmer? Max und ich haben ihn gesehen und gesagt, dass du da bist. Bei der Zeitung haben sie ihn rausgeschmissen. Er ist ein Säufer geworden. Alkoholiker. Der ahnt wohl, dass es hier was zu trinken gibt. Entschuldige mich bitte. Oskar. Wie geht's dir denn? So la la. Wie ich höre, hast du deinen Job verloren? Ich bin ein Opfer von Missverständnissen. Aber ich bin mir selbst oft auch ein Missverständnis. Hier, komm rein. Führ mich nicht vor, Gerhard. Aber was denn? Komm rein. Ihn kennt ihr alle? Ich brauche ihn euch nicht vorzuführen. Es ist mein guter alter Freund Oskar Demmer. Matthil, den Glas für Oskar, bitte. Ich möchte ihn mit ihm anstoßen. Auf was stoßen wir denn an, Oskar? Komm, sag du auf was. Wo bleibt unser Glas? Was haben wir denn hier? Sekt, Champagner. Na sicher bist du Härteres gewöhnt, Oskar. Whisky. Konja, sag, was du gewöhnt bist. Wenn wir es nicht im Haus haben, Max holt es. Sehr zum Wohl. Was ist los, Oskar? Ich habe mit Hongkong telefoniert. Ob man da weiß, wer du bist. Man weiß es, man weiß es ganz genau. Nur, dass du jetzt hier bist, in München. Das wusste man gar nicht. War man ganz aufgeregt. Du erlaubst, dass ich mal telefoniere? Was bedeutet das, Gerhard? Wem willst du anrufen? Ich finde, du solltest jetzt nicht telefonieren, sondern mit mir anstoßen. Ja, was bedeutet das, Gerhard? Mit wem wollte er telefonieren? Ich weiß es nicht. Oskar, steig ein, komm. Oskar, lass uns in Ruhe über alles reden. Steig ein, komm. Hast du ein bisschen Geld? Ja, natürlich. Klar. So viel du willst, kein Problem. Was willst du denn? Dollar, Mark, was willst du? Kleingeld, deutsches. Wieso brauchst du Kleingeld? Komische Szenen habe ich schon immer genossen. Du gibst mir Geld zum Telefonieren. Danke. Wen bist du in Ruhe? Meine alte Redaktion. Ich will denen ein paar Informationen verkaufen. Was denn für Informationen? Wer du bist, dass du hier bist, was für Geschäfte du machst. Verkauf mir doch diese Informationen. Du wirst es kaum glauben. Ich mag dich. Ich habe dich immer bewundert und beneidet. Du warst eben nicht freundlich zu mir. Mach das Handschiff vorauf. Na komm. Nimm raus, was du brauchst. Mir reicht das Kleingeld. Oskar, gib mir die Hand. Ich weiß nicht, wann wir uns wiedersehen. Na endlich kommst du. Wir haben uns schon Sorgen gemacht. Hast du ihn noch eingeholt? Ja, hab ich. Wir haben die ganze Sache nicht recht verstanden. Was wollte er eigentlich? Warum wollte er telefonieren? Und mit wem? Mit seiner Redaktion. Er wollte ihr eine Information verkaufen. Eine Information? Ja, irgendwie hat er herausbekommen, warum ich hier in München bin. Es sind rein geschäftliche Gründe. Geldgeber aus Asien wollen hier investieren und zwar in einer ungeheuerlichen Größenordnung. Solche Transaktionen müssen natürlich geheim bleiben. Eine vorzeitige Bekanntgabe hätte katastrophale Folgen. Beispielsweise mit internationalen Kurseinbrüchen, Verluste in Milliardenhöhe. Hast du ihm das auch gesagt? Ich hab's versucht. Ich bot ihm an, mir doch diese Information zu verkaufen. Ich sagte, du bekommst, was du willst. Sag mir den Preis. Darauf ist er doch sicher eingegangen. Nein, ist er nicht. Ist er verrückt. Ich hab alles versucht, aber er blieb bei seinem Nein. Und plötzlich war ich in einer Situation, in der alles auf dem Spiel stand. Auch für euch. Ich wollte nämlich an diesen Geschäften beteiligen. Dich, Rudolf, als langjährigen Freund der Familie. Dich, Vater. Und natürlich auch Max. Ich wollte euch bitten, mitzuhelfen beim Aufbau eines Unternehmens, bei dem Geld überhaupt gar keine Rolle spielt. In der Anfangsphase nicht. Und später, wenn es Gewinne abwirft, sowieso nicht. Ihr hättet ausgesagt. Bis ans Lebensende. Ich sag's nochmal. Der Mann ist völlig verrückt. Nein, er ist tot. Tot? Ich hab ihn überfahren. Gerhard. Verkehrsanfall. Eine gute Lösung, wie ich finde. Für alle von uns. Möglicherweise wird man herausfinden, dass er hier war, uns besucht hat. Und dann kommt es auf euch an, auf jeden von euch. Was ihr aussagt. Dass er hier war, nur ein paar Minuten. Sturz getrunken, wirres Zeug geredet hat. Dann ging. Und niemand ihm gefolgt ist. Niemand. Das nur für den Fall, dass ihr aussagen müsst. Was unwahrscheinlich ist, aber auch nicht ausgeschlossen werden kann. Wer solltet ihr uns denn fragen? Die Polizei, Erna. Ich muss jetzt von euch allen wissen, würdet ihr so aussagen. Er war hier, nur ein paar Minuten, betrunken, redete wirres Zeug, ging und niemand ist ihm gefolgt. Um es zu präzisieren, auch ich bin ihm nicht gefolgt. Wenn ihr Nein sagt, nehme ich morgen die erste Maschine und unser Geschäft ist geplatzt. Lasst euch Zeit. Überlegt euch das in aller Ruhe, wie ihr euch entscheiden wollt. Hast du noch den Hobbykeller? Ich warte. Ich warte. die polizei könnten die uns denn fragen nicht wenn sie glauben dass es sich um einen verkehrsunfall handelt dann nicht dann ist alles in ordnung was sagst du er hat ihm doch geld angeboten warum hat er es nicht genommen davon hätte er sich doch monatelang betrinken können ja das kommt noch hinzu alkohol ein betrunkener ist überfahren worden ein betrunkener weil er in ein auto gelaufen ist matilda ihr habt doch alle gehört dass gerhard in einer zwangslage war wenn ihr mich fragt der dämmler hätte sowieso nicht mehr lange gemacht so elend wie der aussah ich habe mich jedes mal gewundert wenn ich ihn getroffen habe dass er überhaupt noch lebt wir dürfen auch nicht vergessen dass hier große unternehmungen geplant sind mit viel geld wir hätten alle eine chance erner wir müssen ihm was sagen sonst nimmt er morgen früh das erste flugzeug schumann es geht jetzt nur darum dass wir wissen was wir sagen wenn wir gefragt werden der betrunkene war hier er ist gegangen und niemand ist ihm gefolgt sagt irgendjemand was anderes nein nein natürlich nicht also wer geht runter zu ihm geh du ich sehe es dir an dank so ich muss zurück ins hotel arbeit wartet was willst du es war doch mord ja es war mord und wir sind alle gekauft worden ein verkehrsunfall in ordnung so sieht es aus kann aber auch keiner sein kenne mich aus im verkehrsunfall das nämlich etwas sehr sonderbar was ist sonderbar der mann ist im liegen überfahren worden ich sehe das anhand der verletzungen aber das ist noch nicht alles der tot ist untersucht worden in der gerichtsmedizin im blut hatte eine beträchtliche menge alkohol und rückstände eines betäubungsmittels für mich ist der mann erst betäubt worden und dann hat man ihn überfahren getötet deshalb bin ich hier wer ist der mann der mann heißt oscar demmler ein redakteur das heißt das war amal ist entlassen worden weil er alkoholprobleme hatte hat angehörige sind keine bekannt er hat allein gelebt habt ihr die wohnung durchsucht es ist auch so eine sache der tote hatte keinen hausschlüssel bei sich die nachbarin hatte einen schlüssel die wohnung hat nichts hergegeben aber ich glaubt nun mal es war kein verkehrsunfall eine frage derrick wie viele morde gibt es jeden tag in der welt ich meine weiß man das zählt das jemand wernecke ich weiß nicht ob das jemand zählt 3000 10.000 ich will nur sagen ich bin froh um jeden mord der keiner ist und vielleicht ist das keiner aber kriegen sie es raus mit offenen fragen kann ich schlecht schlafen oh das ist nicht schlecht jetzt geben sie die offene frage an mich weiter und hoffen dass ich schlecht schlafen aber ich schlafe gut 20 jahre mordkommission ich schlafe sehr gut haben sie ihn gut gekannt naja gut gekannt ich habe neben ihm gewohnt und ich wusste wer war und was er war sie haben noch einen schlüssel zu seiner wohnung ja hat er mir mal gegeben er sagte vielleicht müssen sie irgendwann einen arzt holen und damit er dann rein kann er schlug nämlich mit der faust gegen die wand wenn es ihm schlecht ging er dachte dass er irgendwann mal stört das ist er jetzt ja auch können wir den schlüssel mal haben ich glaube wenn sie ihn haben unterhalten können sie ihn auch danke sagen sie haben sie zeit könnten sie mitkommen natürlich kann ich mitkommen ich kann jederzeit weg das ist meine tür und das ist seine tür er hat oft hier draußen gelegen wusste gar nicht wo er war das war ihm auch egal ich habe ihn öfters gefragt warum das rösel der alte weil nichts einen wert hat diese luft hier war ihm auch völlig egal obwohl die hier wirklich einen wert hat was suchen sie eigentlich hier er ist tot und gehabt hat er nichts es geht um den abend vor drei tagen waren sie da zu hause vor drei tagen haben sie überhaupt mitgekriegt dass er nicht nach hause können hören sie ist es richtig ich habe den mann manchmal ins bett gebracht in seins oder auch in meins aber ich habe mich nicht jede minute um ihn gekümmert und vor drei tagen habe ich mich nicht um ihn gekümmert morgens nicht mittags nicht und abends nicht vielen dank lassen sie uns allein schlüsse behalten ich bin froh dass ich mich um nichts mehr kümmern muss das sind hier artikel geschrieben hat das liest sich sehr gut das hat ihm wohl zugrunde gerichtet ist aber die gute die hat sich schon ein bisschen mehr als nur um ihn gekümmert aber an dem tag an dem er starb hat sie sich nicht um ihn gekümmert ja natürlich unterhalte ich mich gern mit ihm fast hätte ich sie selbst schon angerufen wo sind sie ah gut dann treffen wir uns in einer halben stunde unten im verlagshaus da ist ein café guten tag weiß mein name ist erker klein bitte setzen sie sich doch da war gerade dabei einen nachruf zu schreiben mordkommission ja wir untersuchen den tod ihres kollegen ja und was glauben sie glauben sie dass es sich dabei nicht um einen verkehrsunfall gehandelt hat also ich sagte ja schon ich hätte sie beinahe selbst angerufen aber lassen sie mich fragen deswegen suchen sie mich aus ja ist eigentlich ganz einfach wir kennen oscar dämmler nicht wir wissen gar nicht wer ist wer war und wir können ihre hilfe brauchen sagen sie uns ganz einfach wer war oscar dämmler er war ein hochsensibler mann eine nachricht war für ihn nicht eine nachricht sondern mehr als das sie war ein erlebnis er liebte die nachrichten dieser welt womit er natürlich einen großen fehler machte nachrichten sind als wahre aufzufassen und nur als das dämmler erlebte nachrichten sie zerstört sein rettungsversuch alkohol und so verloren wir einen kollegen den jeder schätzte gern hatte ich hatte ihn gern und habe ihn auch gern ja und jetzt erzähle ich ihnen weshalb ich sie beinahe von mir aus angerufen hätte vor drei tagen abends rief er mich an und sagte albert ich glaube ich habe eine nachricht für dich sie betrifft einen mann den ich kenne sehr gut kenne wir waren schulfreunde er kommt gerade aus hongkong zurück und besucht hier seine familie er sagte dieser mann ist eine nachricht wert ich fragte was für eine nachricht politisch kulturell wirtschaft er sagte ach gott das gehört doch heute alles zusammen ich gehe heute abend hin zu ihm vielleicht rufe ich dich heute nacht noch an aber vielleicht auch nicht er hat nicht angehoben wurde von einem auto überfahren sagen sie weiß hat er den namen des mannes genannt den er besuchen wollte ja er hat ihn genannt ich hatte den eindruck als wolle er dass ich den namen behalte der mann heißt schumann gerhard schumann herr schumann erwartet sie danke sehr guten tag bitte kommen sie rein danke habe ich das richtig verstanden sie sind von der kriminalpolizei ja und sie wollen zu mir irrtum ausgeschlossen irrtum ist ausgeschlossen ja sie machen mich ja richtig neugierig bitte nehmen sie doch platz darf ich noch was anbieten danke wir sind im dienst worum geht's denn es geht um den tod ihres schulfreundes oscar demmler sie sind von der verkehrspolizei ja ja ich hab's gehört der arme ist vor drei tagen in ein auto gelaufen naja das ist alles noch nicht ganz klar nicht ganz klar sie haben den fahrer des wagens noch nicht gefunden nein den haben wir noch nicht gefunden aber sie suchen ihn da müssen wir nicht möglicherweise hat er sich noch nicht gemeldet weil er unter schock steht obwohl er müsste eigentlich jetzt aus der zeitung wissen dass es nicht seine schuld war das stimmt doch er war betrunken ja er war betrunken hatte jahrelang nichts von ihm gehört und erst jetzt erfahren dass der alkohol sein problem war begabter journalist und wie sie ganz richtig sagten schulfreund aus alten tagen kurz vor seinem tod hat er mich noch besucht hier im hotel naja nicht hier im hotel im haus meines vaters ich war dort um nach langer abwesenheit meine familie zu begrüßen und die nachbarn die ich lange nicht gesehen hatte plötzlich erschien oscar demmler unangemeldet völlig betrunken ich sagte zu ihm nett dich zu sehen oscar aber lass uns miteinander reden wenn du wieder in der lage bist zu verstehen was ich sage das verstand er blieb noch ein paar minuten und ging zur erleichterung aller wenn ich vielleicht noch hinzufügen dann haben sie nicht mehr gesehen nein nur noch aus der zeitung erfahren dass er beim überqueren der straße von einem auto überfahren wurde aber lassen sie mich das noch mal fragen sie sind doch hier um einen verkehrsunfall aufzuklären ja das ist richtig sie haben ein auge dafür in ordnung wir sind beamte der mordkommission wieso dann mordkommission naja man kann ja nicht ausschließen dass demmler absichtlich überfahren wurde absichtlich diesen mann der kaum noch gerade ausgehen konnte diesen geschassten redakteur diesen alkoholiker diesen mann gänzlich ohne jede bedeutung aus welchem grund sollte der absichtlich überfahren werden ohne bedeutung auch für sie auch für sie ohne bedeutung sie vergessen dass wir uns jahrelang nicht gesehen haben als ich ihn jetzt wieder sah tat er mir eigentlich nur leid mein interesse für ihn hielt sich in die grenzen sie wiederholen meine worte was war ich wiederhole ihre worte ja das ist eine unart von mir natürlich sie kommen aus hongkong was machen sie in hongkong ein kaufmann freiberuflich tätig beteiligt an geschäften vermittler von geschäften warten sie ich gebe meine karte obwohl sie werden meine dienste wohl kaum in anspruch nehmen ja da geht es wohl um große summen was meistens bin fast versucht ihn meine mein gehalt zu nennen aber ich fürchte es wird sie nicht beeindrucken wahrscheinlich ja ja wir gehören auch zu den leuten die für sich ohne bedeutung sind darf ich die karte trotzdem bei ja ja ach ja ich nehme an sie sind geschäftlich hier im sinne von beteiligen geschäften von vermittlung von geschäften ich verstehe so wenig davon wenn sie mir mehr darüber sagen nein tut's gut gut ach ja ihr schulfreund der wird in der nächsten woche beigesetzt werden sie zur beerdigung gehen selbstverständlich wenn ich früh genug weiß wo und wann sie stattfindet es wird keine große beerdigung sein die kostenfrage ist noch nicht geklärt man sucht jemanden der die kosten übernimmt entschuldigen sie dass ich das so direkt sage aber naja es hat schon einen grund ist ein alter freund von nicht ein schulfreund und wenn die beerdigungskosten das problem sind dass die würden sie übernehmen das finde ich großartig vielen dank das wär's doch ach ja wir sehen uns noch mal Ja Herr Schumann hat einen Wagen gemietet einen zweiten den ersten hat er zurückgegeben Warum hat er den ersten zurückgegeben? War wohl nicht zufrieden Wann hat er den zurückgegeben? Waren sie ich glaube vor drei Tagen Danke! Polizei war eben hier sie wissen dass Demmler bei uns war Wer hat ihnen das gesagt? Ich weiß nicht wer es ihnen gesagt hat doch wohl keiner von euch Nein! Nein! Moment mal! Gerhard sagt die Polizei weiß dass Demmler bei uns war Ich hab's gerade Mathilde gesagt Gib sie mir bitte! Mathilde du weißt worum es geht? Ja ich weiß Jetzt liegt es an euch an jedem von euch Ruf mein Vater in der Schule an Dann Kaspers und seine Frau Erinnere sie an mein Versprechen Dass sie bald reich sein können Dass es nur an ihnen liegt ob sie es auch sein werden oder nicht Ihnen kann gar nichts passieren wenn sie sich an unsere Abmachung halten Um es klar zu sagen ihr müsst alle bei eurer Aussage bleiben Nur darum geht's Und noch was Mathilde Es geht um mein Leben Was macht man jetzt? Lügen Ich weiß Am Anfang fällt es einem schwer aber Also ich kenne keinen Menschen der ohne Lügen durchs Leben kommt Lügen 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 Du darfst jetzt nicht nervös werden. Bist du's? Ja, bin ich. Sie haben doch den Vater angerufen, der ist schon unterwegs. Kaspers kommen auch. Sie haben ihn in der Post angerufen, dass er sich freinehmen soll. Was? Die haben alle angerufen? Ja, alle, die hier waren. Jetzt habt keine Angst. In einer halben Stunde ist doch alles vorbei. Das sind die Herren von der Polizei und das ist Max Schumann. Guten Tag. Hallo. Er war im Keller in seiner Werkstatt. Er bastelt da was. Ich weiß auch nicht, was. Na, sag doch mal, was es ist. Es ist etwas Elektronisches. Machen Sie das beruflich? Nein, ich habe keinen Beruf. Natürlich hat er einen Beruf. Er hat nur gerade keine Stellung, aber das wird sich sicher bald ändern. Da kommt der Schumann. Ach, die Herren sind schon da. Guten Tag. Guten Tag, Herr Schumann. Ich habe eine Stunde abgeben müssen. Polizei? Ja, was ist denn bloß so wichtig, dass ich hierher kommen muss? Es geht um Oskar Demmler. Demmler? Ja. Ach, der vor drei Tagen gestorben ist. Bei einem Verkehrsunfall. Ja, ja, um den geht's, ja. Sehen Sie schon da? Ja, Sie sind schon da. Sie haben mich von der Post weggeholt. Ist da was passiert? Ich meine, wir bleiben doch dabei. Warum habt ihr denn Gitter mitgebracht? Der hat doch gar nichts damit zu tun. Ich muss gleich weg in den Kindergarten. Ich bin nur neugierig, worum es eigentlich geht. Kommt rein, die warten schon auf euch. Ja. Vater, nur los, wir erzählen dir alles später. Okay. Gitter. Bringst du mich zum Wagen? Ja, natürlich. Weißt du, mir sagt nämlich niemand was. Ich sehe nur, dass ihr alle nervös seid. Und du bist es auch. Was ist los? Warum seid ihr alle so aufgeregt? Ich komme zu dir in den Kindergarten, okay? Erzähl dir alles. Fahr schon los. Also, wie gesagt, es geht um Oskar Demmler, der kurz bevor er starb, hier in diesem Haus war. Nein, stimmt doch, ne? Ja, ja. Das ist richtig. Wir haben natürlich alle von diesem tragischen Unfall gehört und waren ganz entsetzt. Ja, es geht jetzt um die Uhrzeiten. Wann war Herr Demmler bei Ihnen hier im Haus? Wann? Ja, wann war das? Ja, es war so gegen neun. Es war doch neun. Ja, so ungefähr. Ich habe nicht auf die Uhr geschaut. Ist es denn wichtig, wie spät es war? Ja, das ist wichtig. Wenn Sie sagen neun Uhr, dann, äh, wie lange ist er geblieben? Keine fünf Minuten. Dann war er eine halbe Stunde später tot. Ja, aber wieso denn? Ja, die Todeszeit, die lässt sich ziemlich genau feststellen. Also zwischen 20 und 45 Minuten treten sogenannte Todesflecken auf, am Hals und an den Ohren. Ja, man kann also sagen, Demmler war hier und eine halbe Stunde später war er tot. Hören Sie. Was gefällt Ihnen nicht da an? Naja, dieser Zusammenhang. Aber er besteht doch, der Zusammenhang. Schon zeitlich gesehen. Sie alle waren anwesend, ja? Und natürlich meinen Sohn Gerhard. Haben Sie ihn nicht verständigt? Wovon? Dass Sie uns hier besuchen. Nein, wir haben ihn nicht verständigt. Also, Oskar Demmler kam hierher, um seinen alten Schulkameraden, ihren Sohn zu begrüßen, der nach einem langen Aufenthalt im Ausland zurückgekehrt war. Wollte er ihn nur begrüßen oder gab es noch einen anderen Grund? Jetzt muss doch etwas gesagt werden. Dass dieser Mann betrunken war und niemand etwas mit ihm anfangen konnte. Gerhard selbst sagte, besser ist, du gehst wieder und wir sehen uns, wenn du nüchtern bist. Ja, und dann ging er. Wir alle blieben noch zusammen und haben uns unterhalten über diesen Mann, der nur gestört hatte. Sie alle blieben zusammen, als er weg war. Ich frage Sie noch einmal, Sie alle blieben hier. Ja, das ist das, was ich sagte. Also, der Blockhammer war stockbetrunken, der blieb fünf Minuten, ging dann und niemand folgte ihm. Nein, niemand. Ich frage jetzt jeden Einzelnen noch einmal. Demmler ging und niemand ist ihm gefolgt. Auch ihr Sohn nicht? Nein. Noch einmal, niemand ist Demmler gefolgt, auch Gerhard Schumann nicht. Was wollen Sie? Ich habe ja schon Nein gesagt. Ja, genauso wie ich. Das haben wir alle gesagt. Das haben Sie doch gehört. Jetzt sollten Sie es mir aber auch noch sagen. Du hast doch gehört, was du gefragt wirst. Ich kann Ihnen nur das sagen, was die anderen auch gesagt haben. Ich bin da doch keine Ausnahme. Dann will ich Ihnen mal sagen, wie Demmler umgekommen ist. Er wurde vor seinem Tod betäubt, man fand in seiner rechten Hand einen Einstich. Dort wurde ihm das Betäubungsmittel indiziert. Und zwar mit Hilfe eines Ringes. Aus diesem Ring heraus kommt eine Nadel, eine Art Kanüle. Man braucht seinem Opfer eigentlich nur recht kräftig die Hand zu drücken, wissen Sie? Kriminalgeschichte kennt solche Ringe. Die gibt es seit Jahrhunderten. Die gab es schon im alten Ägypten. Die gab es schon im alten Rom und... Ja, die gab es in China. Ihre Aussagen werden alle zu Protokoll genommen. Tag, Mathilde. Die Polizei ist da. Wir haben gerade unsere Aussagen gemacht. Guten Tag allerseits. Überrascht mich, Sie hier zu sehen. Weswegen? Begrüßen Sie doch zuerst mal Ihren Vater, Ihren Bruder, Ihren Nachbarn. Begrüßen Sie sie. Drücken Sie ihm kräftig die Hand. Das wollte ich sowieso. Guten Tag, alle. Mathilde, wir haben ja schon. Schön, dass ihr auch da seid. Was macht Gitta? Sie ist im Kindergarten. Hallo, Max. Wir werden Sie alle bitten müssen, ins Präsidium zu kommen. Ihre Aussagen werden zu Protokoll genommen und Sie werden sie unterschreiben. Ja? Vielen Dank. Guten Tag. Der Junge war der Einzige, der ihm nicht die Hand geben wollte. Der hat Courage. Ja. Warum hast du mir nicht die Hand gegeben, was? Das ist doch gar nicht wichtig. Es kommt doch nur darauf an, was wir gesagt haben. Und wir haben gesagt, was wir abgesprochen haben. Aber die Polizei hat es akzeptiert. Wir müssen doch Aussagen nur noch unterschreiben. Ist das für irgendjemand ein Problem? Ist das für dich ein Problem, Max? Nein, Gerhard. Es ist alles in Ordnung. Warum hast du mir nicht die Hand gegeben? Ich weiß es nicht. Dann gib sie mir jetzt. Warum sollte ich das tun? Ich habe gesagt, was ich sagen sollte. Darum geht es doch. Darum bist du doch hier, oder? Ich muss übrigens noch weg. In die Stadt. Was einkaufen. Brauchst du Geld? Nein. Nein. Was ist los mit ihm? Er hat jemanden umgebracht. Das ist doch Mord. Deine Eltern haben dir nichts erzählt? Nein. Nein, haben sie nicht. Sie wissen es jetzt alle und sie sollen nichts sagen. Meine Eltern wissen es und sie haben versprochen, nichts zu sagen. Ich habe es auch versprochen. Und warum sagst du es mir jetzt? Weil es mir nicht aus dem Kopf geht. Ich kann es nicht glauben. Du musst dich irren. Irgendwas hast du falsch verstanden. Ja, aber die Polizei war schon da. Und alle haben gesagt, nein, wir wissen nichts. Und ich habe es auch gesagt. Wir müssen der Polizei die Wahrheit sagen. Wir müssen das tun. Ich wusste nicht, was ich tun soll. Ich habe gedacht, ich frage dich. Irgendwie war ich der Meinung, dass du weißt, was richtig ist. Sie? Ja, wir sind es nochmal. Bitte, kommen Sie rein. Danke. Ich habe gehört, Sie arbeiten nicht mehr. Nein. Aber Sie sind nicht entlassen worden. Nein, ich bin gegangen. Tja, Sie... Sie vermissen Ihre Nachbarn. Ja. Ja. Sie fühlen sich nicht wohl hier, nicht? Nein. Obwohl es doch hier sehr hübsch ist. Ja. Trotzdem. Ja, ich verstehe. Es klopft eben niemand mehr an die Wand. Nein. Sie werden es nicht glauben, aber ich... Ich vermisse diesen versoffenen Kerl. Mit seiner Trinkerei, da hat er... Da hat er irgendwas versteckt. Was war das Ihrer Meinung nach? Darüber denke ich ja nach. Wie gefallen Ihnen denn diese Möbel? Oh, sehr gut. Sehr gut. Das Komische daran ist nur, ich kann mich nicht reinsetzen. Ich kriege einen ganz heißen Hintern, wenn ich mich da reinsetze. Von wem haben Sie diese Möbel? Sie hatten sein Telefon gesperrt. Deswegen kam er zu mir. Er hat mit Hongkong telefoniert. Ich glaube, der ist total verrückt geworden, aber er hat wirklich mit Hongkong telefoniert. Die Rechnung habe ich noch nicht. Mit wem hat er telefoniert? Wissen Sie das? Nein, ich weiß nicht, mit wem er telefoniert hat. Er hat mir nur gesagt, was er erfahren hat. Und wissen Sie, warum ich Ihnen das erzähle? Weil ich nicht in diesen Sesseln sitzen kann. Also, was hat er erfahren? Wer sein Freund ist, dass er zu irgendetwas gehört, zu einer chinesischen Verbrecherbande und dass er in Ihrem Auftrag nach Deutschland gekommen ist. Dass er ein Mitarbeiter der Triaden ist, nicht? Ja, genau. Das ist das Wort, das ich vergessen habe. Tja. Wer hat Ihnen das alles hier gekauft? Ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich in diesen Sesseln nicht sitzen kann. Der Mann heißt Gerhard Schumann. Er arbeitet für die Triaden. Derrick, auf so einen Mann warten wir doch. Wir wissen, dass die Chinesen hier aktiv sind. Derrick, den Mann nicht festnehmen. Das ist sehr wichtig für uns. Der muss sich vollkommen sicher fühlen. Der Mann hat doch einen Mord verübt. Ich kann nicht anfangen, Mörder laufen zu lassen. Derrick, wir brauchen den Mann. Kennt er Sie schon? Ja, der kennt uns. Ich sage jetzt was, was Ihnen sicher nicht gefallen wird. Liegen Sie den Mann in Sicherheit. Wenn es nötig ist, entschuldigen Sie sich bei ihm. Moment mal, Moment, Moment. Ich verstehe Sie nicht richtig. Wir haben hier eine Störung, eine Funkstörung. Tut mir leid. Hast du das mitgekriegt? Ja, das habe ich mitgekriegt. Was ist das mitgekriegt? Sie sind festgenommen. 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 Sie sind festgenommen.